Walheim bei Coffee Stain Publishing Spielevorschau 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 Bei mir läuft es ja, dass du nur mit halber Spielgeschwindigkeit spielst, das ist schon eine Herausforderung, da gib ich dir recht. Das war's für mich. Valheim bei Coffee Stain Publishing jetzt im Game Pass Valheim bei Coffee Stain Publishing oder habe ich ja schon TikTok erstellt weiß ich jetzt gar nicht doch habe ich ja schon TikTok gemacht So, Köpfchen holen? So, Köpfchen holen? So, Köpfchen holen? So, Köpfchen holen? Amen. 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 So. Okay, Settings. Wir können ja gerade mal gucken, spaßeshalber Will Achievements, der Kai hier in dem Spiel geholt hat. Er brüstet sich ja immer damit, dass er so ein Guder ist in Sachen Achievements. Können wir ja mal gucken. Ja, Ausreden. Ausreden zählen hier nicht, du. Ausreden zählen hier nicht, Kai. Null. Ach, du Scheiße. Oh, aber Rocket League. Äh, Fortnite. Guck mal, 150 Game Escort schon. Wow. Age of Empire. Ach du Scheiße, was ein Trauerspiel, du. Ich glaube, das macht jetzt keinen Unterschied, ob es da Achievements gibt oder nicht. Ausreden. 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 18 kai der ungern tutorial spielt sucht jetzt noch den springknopf schnelles wechseln a k a mit a springster der ist schön der charakter tut ach du scheiße Hat mir schon eine große Auswahl an Frisuren, merke ich doch. Oh, ich dachte, da ist doch noch mehr. Aber die Charakter sieht man gar nicht von da, ne, im Spiel. Einen Pferdeschwanz habe ich aber an der anderen Stelle, du. Was wollen die denn alles mit dem Dutt? Das finde ich ja schräg, wenn man den Charakter dreht, dass er dann auch automatisch... Okay, das war's. Ja, ist so, ist so. Ernsthaft, ich will... ... 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 What the fuck? Das wird schnell eskaliert. Das wird schnell eskaliert. So, dann gehen wir erstmal ins Haus und machen zu. Dann gucken wir mal, wie das mit dem Bauen geht. Servus. Ja, das habe ich gerade vor. Kein Backseat Gaming, bitte. Herstellung. Stapel teilen. Fenster wechseln. Da fehlt uns sowohl Stein als auch Holz. Stein fehlt uns. Also müssen wir Stein finden. Mit der Steuerung komme ich überhaupt nicht zurecht gerade. Jetzt mal, wenn du die verlierst, du einen Teil deiner Fähigkeiten. Okay. Ah, jetzt schnalle ich es. Okay, ich muss mit dem Steuerkreuz genau drauf sein. Sind das Feinde oder was höre ich da als? Da. Gibt es direkt ganz auf die Murmel. Freundchen. Da liegt doch massenhaft Stein. So, herstellen kann ich auch von hier aus. Perfekt. Fenster wechseln. Fenster wechseln. So. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir den ausrüsten. Das Zeichen ist nämlich an. Die Hütte kann man doch bestimmt irgendwie reparieren. Noch mal, oder? Sh darein! Hartt. Dankeschön! Vor Romantzen bist du ja der Neue Medicare fähent. also grafisch reicht es mich jetzt absolut nicht vom hocker was denn jetzt bin sei gegrüßt krieger na ja ich habe aber die bienen platt gemacht ja 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 Willst du ihn entferne? Willst du ihn entfernen? Alles klar. Bei einem offenen Feuer... Öffne Feuer... Okay. Benutzer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 so du schwein das hast du davon kann sein ist es aus versehen irgendwie mit umgestellt hast da war ich nämlich auch in dem menü eben am meisten tue ich mich tatsächlich gerade noch schwer mit der steuerung ganz ehrlich die keule ist die waffe okay ist das die keule ja und levelt man mit seinem char wenn man in eine andere welt reingeht den charakter kann man wahrscheinlich immer behalten es ist zu hause da wo die werkbank ist ja ja das habe ich auch schon gesehen ne wo ich eben gestorben bin war ich ja nicht zu hause da war ich ja gestorben und bin wieder an der stelle wo die steine sind deswegen wo wo respond man dann so rum gefragt hallo mal ist das war die wäre die frage genau die kann ich immer wieder aufnehmen die gegenstände oder wenn die einmal platziert sind stehen sie da danke mal ist dankeschön subhype also freies rotieren gibt es nicht merke ich schon mal nervt mich schon wieder ja 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 nein ich will nicht macht doch mal die scheiß macht doch mal die scheiß werkbank da weg hallo geht's noch so einfach die waffe weg und dann geht's da war doch ein fisch eben leck mich am arsch und barsch dann gehe ich erstmal zum schwein ins spiel und machen wir machen mein inventar richtig voll ne scheiß ihm ins häuschen jawohl so Amen. Amen. Ach, die snappen nicht aneinander. Die snappen nicht automatisch irgendwie aneinander. Oder liegt das nur daran, dass es hier nicht geht? Kann man die nicht direkt aneinanderlegen? Zwei Holzstücke für einen Holzboden. Muss der Boden drunter sein? Wir können ja in der Luft schweben. Sieht gar nicht so uneben aus, ne? Und wir können ja in der Luft schweben. Und wir können ja auch in der Luft schweben. Und dann können wir das Ganze um. Also, ich kann ja in der Luft schweben. Shärstлена. Und dann über die Luft schweben um. Shärst Państwo. Und dann über die Luft schweben. Aber dann überst du auch das Härstler. Und dann überstehen wir die Luft schweben. Na genau so, ich kann es einfach aus der Luft schweben. Um so, ich kann es nicht mehr als oder ewig herzun. Und da ihr den Luft schweben. Und dann doch mal weg von der Luft schweben. Und dann auch nochmal weg von der Luftschw sociales. Was will er mit Dach? Ich wollte eigentlich eine Angel machen erst mal. Eine Handwerksstation benötigt ein Dach. Hey Hermes, how are you? It's been a while, Crocodile. I'm good, thank you. Okay, meine Handwerksstation ist also nicht auf der Map markiert. No? Okay. also dieses grelle das finde ich schon ziemlich nervig werkbank non also das muss in der nähe von der werkbank sein oder was das muss in der Nähe von der Ja, hier meckert er bestimmt, dass zu viel Wasser ist. Also erstmal einen guten Platz suchen. Da wir den meckenden Stein da ist, kann man die Steine zerkloppen. Ich mag die GameConcept für die Sailing. Oh, ich bin nicht so weit. Ich habe es gerade angefangen. Ich habe es versucht, alles zu finden. So far, ich wirklich nicht die Grafik so sehr. Vielen Dank. Aber wie gesagt, ich habe es gerade angefangen. Ich habe es gerade versucht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Schwein jetzt schon, der Tiergang bestimmt schon wieder in den richtigen Palast hinstellen lassen, Vision Kendo. Oh, ich kann aber nirgendwo was dran machen, leck mich doch. Ich kann nirgendwo so ein Scheißding da dran legen, ehrlich jetzt. Und hier ist überall rot, warum denn das? Ich kann nirgendwo was. Oh, ich kann hier echt nirgendwo was hinbauen. Warum denn das? Liegen da Steine oder was ist das Problem? Oh, ich kann hier echt nirgendwo was. Ich kann nicht do the Sailing because of Motion Sickness. Oh, mein Gott. Don't tell me that. In a lot of games I have Motion Sickness too. So, I hope not in this game. I'm playing this game 20 minutes, half an hour now. I haven't built anything because I just started the game. I have to find out everything. So, you can see we're starting to fix this game. Oh, oh. Oh, okay. Vielen Dank. Das mit dem Bau-Menü macht einen ja fertig, ey. Benötigt ein Dach. Ja, ich wollte mir ein Viereck legen und da die Werkbank draufstellen. Aber offensichtlicherweise gibt es keinen einzigen Platz, der eben ist hier. Ich wollte mir einfach nur mal einen Startbereich legen, aber das ist einfacher, wie gesagt, weil ich noch nicht mal vier Dinge nebeneinander legen kann. Ja, ich habe das gleiche Problem. Da, blockiert. Leck mich. Ich kann echt nirgends hinbauen. Drei. Da geht es nicht hin. Da geht es nicht hin. Da geht es nicht hin. Ich kann hinlegen, wo ich will. Ah, wenn man drinsteht, geht es nicht, ja? Deswegen. Jetzt habe ich es. Wenn ich drinstehe, geht es nicht. Jetzt habe ich das Problem. Das ist, weil ich drinstehe. Jetzt nimmt es langsam Fahrt auf. Jetzt nimmt es Fahrt auf. So, jetzt brauchen wir mal ein bisschen Hüsche und mein Holz. Also manche Sachen hebt er von alleine auf, ne? Oh ja, ich liebe das Games. Ich liebe die Bildung Games, die ich wirklich liebe. Also an manchen Stellen tut er sich echt schwer, was hinzulegen. Also an manchen Menschen geht es nicht hin. Das ist auf den Weg. Also an manchen wir mal ein bisschen. Ich bin der Weg. Also an manchen. Ich bin der Weg. Also nicht hier. Also an manchen. Das ist ein Ding. Also an manchen, wenn man muss, wenn man will. das habe ich im dunkel nicht gesehen dass ich quasi nicht auf der stelle stehen darf wo ich bauen will aber das ist natürlich geil dass du so geil hier bauen kannst das finde ich schon wieder ein bisschen geil kann man auch auffüllen boden auffüllen also wie hier jetzt wo es fehlt fehlende voraussetzung ich mein holz das schwein tut mir leid stefan weil es sein onkel ich zeige ihm gleich den kremer wie man richtig baut mal ist ich guck halt schon wo mein wo mein käse sahne torte ist der kai meint ich sollte ich noch mal darauf hinweisen musst du mal alles fragen käse sahne torte kommt die zu ostern zahl auch gut entferne verwander fixen trophäe jawohl ist das auch holz ja ne ich prügel dir die scheiße aus dem leib du ich freue mich auch so ich kann euch das aber dann die sich aus dem leib du ich wollte mich einfach mal halten ich habe irgendwie einen schwein A3? Was ist denn A3? Rechten Stick meins, ne? What the fuck? Och, jetzt bitte nicht ganz da hinten wieder. Ich muss unbedingt ein Bett, beim Bett spawnen, habt ihr gesagt, ne? Also unbedingt ein Bett bauen. How do you like my tail, Hermes? Look at that long German tail over there. Boom, shakalak! Ach nee, das war ja die Leiche, die ich nicht weggemacht hab, ne? Shit. Was hat Schwanny gesagt mit? RB. Oh, ich glaub das Spiel, das Spiel kann ganz schön, ganz schön, ähm, ganz schön fesseln, do. Versteh ich, warum mir da die halbe Nacht dran rumzockt. Ich will gleich mal den Stefan und seine Gang einladen, dass sie ein bisschen Holz für mich hacken, do. Fleißige Hände kann ich immer gebrauchen, Kai. Also, faule Haut rumlegen ist nicht, aber ich zahle auch mit Stein und Holz, also zur Not, ne? Wenn du dir den einen oder anderen Stein dazu verdienen willst, sagst du einfach Bescheid, do. Ich zeige, ich zeige, ich schau. Ich zeige, ich schau. Die blöde Sau, hol ab! Ah, jetzt sieht man es doch gleich viel besser, du. Abgesoffen, lol! Oh! Okay, also da kann ich nicht dran bauen. Da kann ich nicht dran bauen, weil es wahrscheinlich zu flach ist da, ne? Ja, ich weiß, deswegen spiele ich ja. Das habe ich tatsächlich schon gesehen. Jedes Spiel, wo man angeln kann, ist ein gutes Spiel, ne, Schweini? Jetzt gucken wir erstmal, wie weit wir hier... Ich will das erstmal checken. Wenn es schön ansnapt, ist es ja ganz geil. Ich will aber erstmal checken, in welchem Bereich das überhaupt ansnapt. Das ist im Moment noch ein bisschen unklar für mich. Holzwand. Holztür. Holztür. Okay. Holztürk. Holztürk. Okay. Holztürk. Holztürk. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kaputtes Zeug lässt man einfach fallen oder... ZDF, 2020 ZDF, 2020 Kann man die reparieren? ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Okay. Get my light, Shwani. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab nix zu fressen. Ich will mir erst mal ein Bett machen. Ein Bett, das Ding da rumstellen. Was mach ich denn mit der kaputten Axt? Hier, mit der hier. Was mach ich denn mit der? Wie krieg ich die da weg? Oder kannst du die reparieren? Oder wie funktioniert das? Was mach ich denn mit der? Was mach ich denn mit der? Was mach ich denn mit der? Ja, ich hab ja ne neue. Deswegen frag ich ja, wie ich die alte wegkrieg. Was mach ich denn mit der? 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 Stapel teilen. Fallen lassen. Ja, ich will sie nicht fallen lassen. Dann liegt sie ja hier rum, die kaputte Axt, oder? Dann liegt sie ja hier rum. So, dann liegt die kaputte Axt hier rum. Das will ich ja nicht. Nee. Entweder kann man sie reparieren. Und jetzt ist die Axt da hinten an dem Platz. Wie krieg ich die jetzt da weg? Und jetzt ist die Axt da weg. Ich will erst mal so ein blödes Dach machen. Genau. Genau, das ist gerade der Plan. Ja, das ist gerade der Plan. Ja, das ist gerade der Plan. Ja. Ja, das ist gerade der Plan. Habe ich mir es doch gedacht, dass man zwei machen muss. Ja, das ist gerade der Plan. 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 Ja. 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 Warum? Ah, da hinten, oder? Schön. Kein Holz mehr. Ich und mein, ich und mein, ich und mein Holz. Jetzt habe ich aber doch ein Dach, oder nicht? Muss die Werkbank unter dem Dach stehen wahrscheinlich, ne? Ich und mein, ich und mein Holz. Oh je, ich sehe mich schon Stunden in dem Spiel drin, du. Oh, danke schön, lieber Schweini. Geilo, vielen lieben Dank. Oh, geil. Dankeschön, Stefan. Ah, ich könnte aber einen Holzboden machen, ne? Ein Holzboden müsste gehen, oder? Zählt ein Holzboden auch als Dach, oder muss das wirklich ein Dach sein? ... Vielen Dank. Vielen Dank. Nee, das ist ja dann kein... Das ist ja jetzt doppelt gemobbelt, oder? Das ist ja jetzt doppelt gemobbelt. Nee, das kann ja nicht stimmen. Das kann ja nicht stimmen so. Das kann doch irgendwie nicht passen. Guck mal, das hat ja auch eine ganz andere Neigung. Guck mal, das ist ja dann... Guck mal, das ist ja dann... Guck mal. 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 Cuck mal. da aber die snappe reißen aber nicht so die knalle oder dieses an an anschneppen ist jetzt nicht so der knalle vielleicht müsste ich da oben ich habe gerade eine idee ja 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 Untertitelung. BR 2018 So müsste es eigentlich da reinpassen. So müsste es eigentlich da reinpassen. So. Voll leicht das Bauen, Kai. Voll easy einfach, wenn man weiß, wie es geht. Ist jetzt gar nicht so schwer. Kann ich nämlich schön von zu Hause aus angeln. Weißt du, ich meine? Schon wieder kein Holz mehr, du. Weil ist jetzt gar nicht so schwer, oder? Kannst du mich ja ruhig mal besuchen, Kai, hier. Und dann zeige ich dir mal ein paar Tricks beim Bauen, du. Also ich helfe echt gern. Bleib stehen, Schwein. Ich will mal was essen. Sag mal, kann man die alten Hütten auch ab... Guck mal hier, so wäre es viel einfacher gewesen, du. Die kann mir doch bestimmt auch abreißen, oder? Guck mal hier. Okay. Danke nochmal, Schweini. Danke, Herr. Hey, how are you, bro? Long time not seen. What's banging, MadTV? What the fuck? Och, komm! Yeah, I just started it today. It's not too bad. Yeah, but I was gerade am Holz sammeln fürs Bett. It's not too bad. MadTV, oh, we are friends for a while, right, MadTV? He just asked how I met your mother. Let's go. Let's go. Alright. Thanks. Okay, good. Okay. It's okay. See? Okay. Okay. What? Okay. Okay. Alright, come on. Alright, come on. Hey. Hi. Hey. Hey! Hey! Hey, hey! When you are backing up! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was, ping mit X? Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann sehe ich es trotzdem nicht Was ist das jetzt? Was ist denn das jetzt? Ich will da runter Da bin ich gestorben Ah, das da, okay, jetzt sehe ich es Ach komm, hau doch ab, ich war doch weg Ach komm, hau doch ab, ich war doch weg Oder noch ein Wildschwein Hilfe, welch feindliche Gegend Okay, okay, Americans Alter, das Schwein ist immer noch hinter mir, das gibt's doch nicht. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. 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 Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. 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 Neugenschutz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Holztor hat wahrscheinlich zwei Flügel, ne? Vielen Dank. Vielen Dank. Ach nee, schon wieder. Leck mich doch kurz vorm Bett. Ich sehe schon, ich muss wieder da runterlatschen. So eine Scheiße. Also es muss ein geschlossenes Haus sein. Dann stand doch die Voraussetzung war doch nur ein Dach. Okay. 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 Ich sehe mich schon wieder da runter rennen. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Das langt nicht. Das war blöde. Vielen Dank. 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 Ich würde... Das hier ist ja das Tor. Das hier ist ja das Tor gewesen. Hallo, Fabi. Ja, alles fit. Das hier ist ja das Tor. 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 Das ist ja das Tor. Das Tor. Das ist ja das Tor. 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 Englisch 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das steht nicht auf dem Holzboden. Das steht nicht auf dem Holzboden. Das steht genau davor. Das ist nicht auf dem Holzboden. Ich will erst mal gucken, wie ich den Kram repariere. Das ist nicht auf dem Holzboden. Das ist nicht auf dem Holzboden. Was ist denn R3? Also, rechter Stick ist es nicht. Passiert nichts. Auf der Playstation-Flash. Hier ist es rechter Stick. Okay. Was ist dann R2, RB oder RT laut deiner Beschreibung? Ist R1 oder R2? Habe ich tatsächlich noch nie gehört auf der Xbox. Also, rechter Stick funktioniert nichts. Da. In dem Menü von der Werkbank ist es drin. So, jetzt gucken wir, wie wir den Boden da irgendwie mal hinkriegen. Dann konnte ich nicht eben eine Hacke herstellen. Boden einbauen. Boden einbauen. Dann will ich es ja nicht, oder? Ich will die erhöhen. Vielleicht langt es schon so. Ah, da. Guck mal. Perfekt. perfekt gar nicht so blöde gemacht das menü das einzige was ein bisschen blöd ist es irgendwie bis es ein snappt da tu ich mich tatsächlich noch ein bisschen schwer mit muss ganz ehrlich sagen ansonsten ist es kinder leicht gemacht sehr idiotensicher die baurei so 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 Ich frage mich nur, wie ich da hochgekommen bin vorhin. Ich frage mich nur, wie ich da hochgekommen bin. Eigentlich muss es da reingehen, ne? Ich frage mich nur, wie ich da hochgekommen bin. Oh, dieser Unsnap-Punkt, das ist ja wirklich ne Fuddelei ohne Ende. Ja, entweder kann man das oder nicht, ne? Das ist ja wirklich ne Fuddelei. Das ist ja wirklich ne Fuddelei. So, jetzt bauen wir erstmal ne Kiste. Gibt's bestimmt irgendwo, ne? So, da machen wir... Kann man das nicht direkt drüber... Ah, ja, da LT und X. So, das Hirschding hast du gesagt, aufheben, ne? So, das ist ja wirklich ne Fuddelei. Ich frage mich. Ich frage mich auch noch bei wen Crüe noch. Untertitelung. BR 2018 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 Ach, wieso war das jetzt so hoch? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Kann man über die schmalen Wände drüber hüpfen? Und kommen die Feinde da durch? Kommen die Feinde durch oder bleiben sie da hängen? Habe ich jetzt zwei? Ja. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist? Wachsen die Bäumchen nach, nach einer Zeit? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was zum Was sind das denn, Rotz? Warum? Was sind das denn? Ich kenne mich halt mit so spiel nach wirklich aus, ne? Ich hab ja noch eine Stunde, ich hab eine Villa da stehen Aber ich war vorhin nicht da, ich kann's gerne ins Spiel kommen Hacks bisschen Holze mischen, ich sag dir ein paar Tipps und Tricks Klingt gut, ne? Ich zeig dir jetzt gleich schon, wie man Feuer im Haus macht Dass du das auch mal weißt Und dann nochmal, ich kann's Cut Vielen Dank. Vielen Dank. Kommen die Feinde über die kleinen Wände da drüber? Okay, perfekt. Also brauchen wir nicht unbedingt eine Tür machen. Perfekt. Also nicht über die, die ich da habe, sondern dann gibt es aber auf die 12 kaputt machen. Ich glaube, es geht los. Guck mal, mein Feuer brennt immer noch. Trotz Regen brennt Feuerchen immer noch. Oh, okay. 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 Amen. Oh, jetzt ausgegangen. Nee, doch nicht. Tedoni! Vielen Dank. Alter, warum denn das? Blöde Sau. Ja, das mache ich jetzt gerade. 4x4 ist scheiße. Ich will das Hause 5x5 umbauen. Ja, das mache ich jetzt. Oh, dafür brauchen wir Stein. Nein. 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 Ja, das mache ich jetzt. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist natürlich genial, dass du alles reparieren kannst und es kostet nichts. Das ist wirklich genial, das gefällt mir sehr gut. Das ist wirklich genial, das ist wirklich genial. Kann man mit der Hacke auch Bäume platt machen? Nee, ne? Äh, Felsen? Nee. Okay. Sind nicht den einen oder anderen Cent dazu für den Schweine? Ich könnte noch jemand brauchen, der mir Holz hakt. Ah, ja. Okay. 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 Ich würde mich言 zum drehen. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, verschwind, ich will jetzt nicht mit ihr reden. Äh, wieso bewege ich mich nicht mehr? Hä? Ach du Scheiße, ehrlich. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Ich bin schwer. Amen. 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 So. Das zeige ich dem Kaimer, wie man Feuer in der Hütte macht, ne? Weil er vorhin gefragt hat, mir helfen ja gern. Kein Stein, leck mich doch. So. Amen. So. So. Okay. So. So. Das war's für heute. Autsch, okay. Ich sehe gerade, das ist nicht so die Treppe, super geile Idee. Alle Zutaten, die Teilen sind immer noch wie wichtig. Oder kriegt man auch eine Kochstelle? Nee, ne? Oh, okay, cool. Ja, ja, aber dann geht es ja in der Mission weiter. Ich mache erst mal mein Haus fertig. Ich mache erst mal so weit alles fertig und dann quatsche ich mit dem Vogel, bevor der mir auf den Sack geht. Oh, okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Können die auch verbrennen oder kann man die einfach so runternehmen? Wie kann ich die denn runternehmen? Gegenstand kochen? 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 Oh, baby, baby, it's a wild world. Oh, baby, it's a wild world. Oh, baby, it's a wild world. Ah, du Idiot, nochmal, ah, scheiße, und ich muss wieder ganz hinten spawnen. Nein, 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 du Trottel. Und ich muss wieder ganz hinten spawnen. Verschwind, geh mir nicht auf den Sack da unten, du. Kann mir da Fertigkeitspunkte zu... Ah, nee, okay, verstehe. Okay. 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 Komisch von der Seite aus, geht's. Ah, doch geht. Okay. Ja, habe ich schon gesehen. Deswegen habe ich gerade geguckt, ob ich sie leveln kann. Aber ist klar, du tust nur dann leveln, wenn du sie benutzt. Vielen Dank. 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 Schade. Das geht nicht. Wo denn geht das? Ja geile. Noch besser. Amen. Mal gucken, ob man die von außen sieht. Kann sein, dass die so rausrutscht, rausgelutscht. Jetzt bloß nicht ins Feuer fallen. Was sagt ihr, sieht man sie oder sieht man sie nicht, die Leiter? Man sieht sie nicht, das ist ja noch besser. Guck mal, geil oder? Gut gelöst. Ich hätte jetzt auch gesagt, man sieht sie halb durch. Das sieht sie tatsächlich nicht cool, oder? Das habe ich gedacht, dass du hier die halbe Leiter siehst. Aber das ist ja noch besser. Spart mir richtig Platz und ich komme an alle Drohnen dran. Die Frage ist nur, wenn ich da oben ins Bett hin baue, ob ich von unten rein kann. Warte mal, ich kann jetzt erst mal reparieren. Das muss ja jetzt eigentlich gehen, ne? Ja. Oh, dass das reparieren nichts kostet, das finde ich super cool. Das finde ich echt praktisch. Ach du Scheiße! Du Scheiße, was war denn das? Die Flut! Die Flut! Oh mein Gott! Scheiße! Jetzt guck dir das mal an. Das ganze Haus steht unter Wasser. Hallo, was ist denn jetzt los? Aber das Feuer bleibt an. Hier kommt die Sonne. Hier kommt die Sonne. 1. 2. 1. 2. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich schon unten dran kann. Ich muss erst das Dach fertig machen. Ich muss erst das Dach. Das ist schon ein ziemliches Gekrampfe. Ich muss erst das Dach. 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 Und wie ist das, wenn andere Spiele kommen? Können die mit da am Bett pennen? Schweini. Ich muss erst das Dach. 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 Hingehen. Dann baue ich direkt welche. Ich muss erst das Dach. Ich muss erst das Dach. Dach. Und nicht mehr. Guck mal. Die Fackel ist aber ausgegangen, oder? Hä, die Fackeln gehen aus wie so'n das? War ich zu weit draußen gehackt? Nee, die steht noch da. Guck mal. Vielleicht, weil's Holz drüber ist. Ich mach's an. Die, die steht noch da. Ich kann dich nicht mehr следующig. Aber ich muss nicht mehr schlafen. Ich bitte nicht mehr so schlafen. Aber ich muss nicht mehr schlafen, ich muss nicht mehr schlafen. Ich muss nicht mehr schlafen, sondern ich muss es nicht mehr schlafen. Aber ich muss nicht mehr schlafen. Okay. Mein Haus sehe ich überhaupt nicht auf der Mapkante sein. Bett hat nicht genügend Schutz. Hey, wieso hat das Bett nicht genügend Schutz? Ach, und ich zieh dir und reiß es ab. Okay. Amen. Amen. Dankeschön, Malice. Dankeschön, Malice. Mit A macht man eine Markierung. Ach, da, da, jetzt sehe ich's. Das ist, äh, das, das, nee, nee, das Zeichen war drüber. Da, wo's Bett ist, das Haus, die Totenköpfe waren drüber. Na, du willst mich doch verkackeiern, oder? Bett benötigt Feuer in der Nähe. Na, du willst mich doch verkackeiern, oder? Ich hab's nicht in der Nähe. Ich hab's wohlgekriegen. Ja, ich hab's nicht in der Nähe. Und, mal, ich hab's nicht in der Nähe. Ich hab's Up-Leater. Ich hab's nicht in der Nähe. Aber, wenn ich nicht in der Nähe. Ich hab's noch ein paar Jahre angesehen. Ja, so ist's doch perfekt. Mich triggert nur, dass hier das Gras so blöd durchwächst, aber naja, so ist es halt das Leben auf dem Bauernhof. Das ist das Leben auf dem Bauernhof. Die geht doch bestimmt aus oder? Nicht, dass sie mir das Ding hier abfackelt, lol. Hier kannst du ein paar Inspirationen holen, was man so alles machen kann. Geil oder? So, den Zaun. Irgendwo war doch Zaun auch. Wo war denn der Zaun? Skigard. Die kann man egal wo hinstellen. Aber hat der Palisadenwal auch eine Tür? Der Wall hat gar keine Tür, oder? Täusch ich mich da? Ah, ok. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, dann kann ich nämlich schön von der Veranda aus angeln. Genial. Ja, ob das so stimmt, weiß ich nicht. Das war's für heute. Schweini fragt schon, als an, lass es mal ein bisschen fertig machen, dann könnt ihr mir gerne auch, könnt ihr gerne ein bisschen Holz sammeln und so, halt Knecht arbeiten, ne? Die niedere Dienste sind immer, nehme ich gerne Leute mal an, ne? Ja, also so ist es nicht. 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 Ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Also das muss ich noch mal gucken mit der Palisade. Fünf Uhr, Alter. Da geht aber echt die Zeit rum, mein lieber Herr Gesangsverein. Oh, das ist gut. Ich hab doch vorhin gebraten, ne? Ich hab doch vorhin gebraten. Musik Schade, dass es keine halbhohe Palisade gibt. Das wäre mir tatsächlich sogar noch lieber. Es ist ein Schnell. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wow, was das gleiche Leben aufgefüllt hat, das Wurzchen, du was das gleiche Leben aufgefüllt hat, das Wurzchen, du das gleiche Leben aufgefüllt hat, das Wurzchen, du Okay. Ist das schon losgegangen? Ist das schon losgegangen? Aber wirklich, diesmal nichts geschaut. Ist das nichts? Ist schon losgegangen? Ist das schon losgegangen? Also mittlerweile, wo ich mich an die Grafik gewöhnt habe, das macht schon echt Spaß, das Spiel ist schon gut. Okay. 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 Hä, wieso ist denn da ein Bett-Symbol und da ein Haus-Symbol? Hä? Kann das eigentlich gar nicht sein. Oder ist da irgendwie noch ein Bett? Hä? Wie kann das sein? Oder ist das so weit auseinander... Ne, das ist unser Bett. Was ist das Haus? Was ich eben noch gefunden habe, oder was? Das sind sogar zwei Häuser. Das ist ein Ausrufezeichen. Ach nee, das war der Typ. Hä, war das... Das ist der Vogel, oder? Der Arsch versteckt sich hier im Haus. Ne, das ist gar nicht da, wo ich war. Ja, vorhin schon. Was ist denn dann das Haus? Das muss ich vorhin irgendwie aufgedeckt haben. Ne, jetzt bin ich zu weit gerannt. Gut. Ja, ich habe aus der Seine A gedrückt. Deswegen. Weil ich weiß gar nicht. Ne, ich bleibe mit dem Chef, ich bin mister. Ach. 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 Ja, ich habe einen neuen Teuf. Das war's. Was habe ich denn jetzt? Das ist eigentlich ganz gut. Also erstmal wieder reparieren. Ich glaube, die Fackel sehe ich jetzt gar nicht mal als so zwingend an, die ich da mit mir rumschleife. Ich glaube, die Axt ist tatsächlich das Wichtigste. Die Axt und dann das und zum Bauen D2. Schmeckle also. Also. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, guck mal da. Bienenstock? Der macht bestimmt Honig, ne? Gab-Gestelle? Okay. 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 zehn holz und und Fünf Ledereste. Wie kann ich denn nur ein Teil davon rausnehmen? So. 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 Sechsmal Hirschfell. So. 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 Vielen Dank. 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 , 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 ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ah, ok. Warte, mach ich mir direkt eine Truhe. Wo der Fisch erstmal reinkommt. Münzen. Guck, ich wusste, die kommen nicht da hoch, ich wusste, die kommen nicht an die Kante hoch. Hahaha, rausgetrickst, ausgetrickst. Ich wusste, ich dachte, ich probiere das mal, geil. Das heißt, ich brauche noch nicht mal die Palisaden, die bleiben hier sowieso stehen und kommen nicht rein, weil sie da nicht hüpfen können, die Idioten. Deswegen hatte ich das probiert, geil. Ja, geil. Na, dann baue ich halt Palisaden drumherum. Ja, dann baue ich halt. Habe ich nicht vorhin irgendwo Harz gehabt? So für irgendwas habe ich Feuersteine gebraucht Ah der Speer und mit dem Speer kann man bestimmt die Ist der Speer einmalig oder ist der weg? Den kann man bestimmt für die Dings nehmen, ne? Zwei Lederreste für die Hirsche, ne? So für die Untertitelung im Auftrag des WDR Feuerstein-Achse, die ist bestimmt noch besser, ne? Wie die normale Stein-Achse, oder? Schaden 20. Musik 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 Amen. Das Holz geht echt weg wie nix. Ach, werfen kann ich gar nicht. Ah, ich dachte ich kann mit dem werfen. Ja, ich dachte ich kann mit dem werfen. Ja, ja, ja. Wie hab ich das denn vorhin da runtergekriegt? Ich krieg das Scheißding nicht runter, ich dachte mit dem Spähklapp zu leicht. Ich glaub die machen nur mir Schaden. Ich glaub vorhin der war ebenerdig, deswegen hab ich den schnell erwischt. Irgendwie hab ich das Gefühl ich treff das nicht. Ich hab irgendwie das Gefühl ich treff den nicht. Ich seh aber von dem keine Heal-Spa irgendwie. Ja ne? Ich komm mich an den so gar nicht ran. Ich hab nämlich auch das Gefühl ich hau die Mauer. Ich hab die Mauer. Da muss doch irgendwo noch Holz rumliegen du. Ich hab die Mauer. 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 Jetzt hab ich ihn verloren. Ich hab's befürchtet, ich hab ihn fast tot, die Sau. Ich brauch das Hirschzeug. Fuck. Ich hab mir wurscht, ob ich frier, ich wollt den Scheiß Hirsch haben. Ja, das ist mir andauernd, das hat er auch so gemacht, deswegen musste ich die Waffe erst dann ziehen, wo ich wieder am Hirsch war, extrem ärgerlich. Den hab ich jetzt gar nicht gesehen, du. Ich hab ihn jetzt gar nicht gesehen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Also im Dunkeln sieht man den Scheißdreck wirklich sehr, sehr schlecht. Okay. 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 Vielen Dank. Ich glaube, da wächst ein riesiger Baum, so sieht das aus, ne? Als ob das irgendwelche Äste sind, die da oben drüber sind. Ich glaube, da oben drüber sind. Ich glaube, da oben drüber sind. Da kommt so ein Arsch, lecker, blödmanns Gehilfe da an, du. Geht mir das auf den Sack? Ich glaube, da oben drüber sind. Ich glaube, da oben drüber sind. Guck mal, er zeigt aber doch an. Ja, klar kann man werfen. Sekundärangriff. Im Moment habe ich es gesehen. Zack. Sekundärangriff. Mit dem Speer kannst du werfen. Und der nimmt man automatisch auf. Ja, das ist ja genial. Das ist natürlich super. Okay. 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 Uh. Okay. 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 Oh ne, der Stefan, das ist schon ein krasser Kämpfer. Ich hab mit dem Stefan schon echt einige Schlachten geschlagen. Was ich ein bisschen ätzend finde, wenn du auf die Kart guckst, dass die dich trotzdem angreifen können. Die Schweine und ich, wir sind da schon eingespielt. Das ist nicht, da einer steht hinten am Tor rum und wartet, dass der andere alles macht. Also. Genau. Vielen Dank. Okay, wie soll man da reinkommen? Ich wüsste jetzt gar nicht, wie man da reinkommen soll, lol. Ja, bin ich ja runtergerutscht, habe ich ja gerade probiert. Ja, bin ich ja runtergerutscht. 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 Wenn ich der Spur folge, müssten wir eigentlich zu beiden Häusern zurückkommen. Ja. Ja, bin ich ja runtergerutscht. Ja. 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 in einem anderen Haus. Da oben. Guck, wenn ich aufs Dach gehe, rutsche ich runter. Ich muss doch wieder rauskommen irgendwie. Ich komme aber auch so nicht rein. Vielleicht muss ich den Stein erst wegkloppen. Vielleicht muss ich den Stein wegkloppen. Ah ja, guck mal jetzt. Ich darf da gar nicht rein. Ich darf da gar nicht rein, sonst komme ich nicht mehr raus. Ich mache noch mal. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass ich den Stein wieder rauskomme. Das war's für heute. Steinhacke, meinst du? Das war's für heute. 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 Was war's für heute? Das war's für heute. Was war's für heute? Das war's für heute. 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 Amen. 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 Komisch, dass das alles ausgeht. Das gefällt mir gar nicht. 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 Ich mache gleich die Kochstelle da außen hin, wo die Wellen nicht mehr so blöd hinkommen. Das geht mir jetzt nämlich gerade um den Sack. Oder man macht irgendwann Steinboden und dann können keine Wellen mehr rein. Jetzt gucken wir erst mal wegen dem... Das geht mir gar nicht. Das geht mir gar nicht. Das geht mir gar nicht. Jetzt ging das aber auch gar nicht mit dem Speer. Das geht mir gar nicht mehr. 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 Vielleicht muss ein bestimmter... Das hat gesessen. Guck mal, das ging super. Das ging super gut. Aber ich habe doch eben vorher gezielt irgendwie... Das geht mir gar nicht mehr. 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 Vorhin habe ich doch die ganze Zeit gezielt. Da habe ich noch gesagt, guck mal, ich kann doch mit dem Speer werfen. Das geht mir gar nicht mehr. Das geht mir gar nicht mehr. Genau, alles fit. Anti-norm mal 95. Also ist alles fit. 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 Ja genau. Eigentlich. Vielleicht sollte man hier mal eine Markierung setzen. Also ist alles fit. Nee. Das war jetzt falsch. Da wo wir stehen. Ja. Das war der allerersten schon Glück gehabt. Und das fand ich super. Ja. 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 Deswegen habe ich doch den Honig. So, damit haben wir das Stück aufgedeckt. Ich muss nur noch den Zippel dahinten und dann sehe ich schon mal, hey, wo bin ich, wie kann ich denn das aufgedeckt haben? Ach, da sind wir losgeflogen mit dem Drachen, ne? Ja. Ja. Vogel oder Drachen oder was auch immer das war. Ja. Ich bin mal gespannt. Was sie für eine schöne Geschichte da drum knüpfen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Guck, da habe ich ja schon Bienenstock Und ich glaube, ich habe sogar noch eine Bienenkönigin, oder? Ich glaube, ich habe noch eine Bienenkönigin, oder? Stein, können wir schon wieder den nächsten Haufen machen? Ich glaube, ich habe noch eine Bienenkönigin, oder? Ich glaube, ich habe noch eine Bienenkönigin, oder? Ich binisu, ich binrier..., ich binrier College zu kommen. Oh, die sind uns aber näher dran. Ich komm immer noch nicht hoch, lol. Okay. Schwein. Das Viehzeug greift mich an, oder was? Jetzt hab ich aber echt Angst, du, ich hab mir fast die Hose gemacht. Ja, ich brauch mal Kohle ein bisschen. Welches denn? Ach nee, du wolltest nicht bloß mit dir, dass ich ins Feuer lauf, ne? Das Fleisch hab ich doch schon längst abgenommen. Hallo? Ja. 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 Nixen Trophäe. Also das mit dem Feuer ist echt hollerö, du dir, ganz komisch. Schuhe können wir noch keine machen, aber was war es mit Bauen, irgendwas hat mir noch gefehlt für die Gerberei, aber da habe ich noch kein fünftes Hirschweil, scheiß Dreck. Vier. Das Feuer wieder aus, leck mich doch am Arsch, was ist denn da alles los, jetzt brennt das da hinten? Komisch, oder? Jetzt kann ich doch das Feuer... An was liegt das denn? Jetzt kann ich das Ding gar nicht mehr da hinsetzen. Doch so rum. Hm. Kannst bisschen lernen hier. Ja. Ich werde dir noch zeigen wie es geht. Ich habe auch schon eine Idee wie ich es löse. Was muss ich auch hier mitten im Wasser bauen? Ich bin jetzt erst dran schuld. Ich bin jetzt erst dran schuld. Ja. 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 Ja, vielleicht wechsle ich tatsächlich den Platz ein bisschen. Weil die kommen ja durchs Wasser gelatscht. Ich dachte, das Wasser hält so ein bisschen ab. Dann ist es einfacher, wenn ich hier nochmal neu anfange zu bauen. Ja. 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 Einfach nochmal ein Stück hier rüber. Nochmal ein Stück hier rüber und dann bin ich auf dem Land. Und dann geht das scheiß Feuer auch nicht mehr aus. Einfach die Hütte doppelt so groß machen. Also nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf dran. Das mache ich, wenn ich ein Schweini dabei habe zum Holz holen. Oder dich. ий einen corpse. Neegisch. 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 Das ist eh ganz komisch, du. In dem Wasser-Ding? Ah, jetzt geht's. Also was ein bisschen nervt bei dem Spiel ist die Unsnaperei, da haben sie definitiv noch Luft nach oben. Das ist eh ganz komisch. Ah, das mache ich morgen. Dann plätte ich noch ein bisschen da hinten raus. Das mache ich morgen. Auf jeden Fall ein sehr schöner Asseindruck, du. Bis morgen, sauber bleiben. Danke fürs Zuschauen. Muss man hier speichern? Nee, ne? Doch da. Schön mit Ö. Jetzt habe ich geübt. Jetzt kann ich auch mit den großen Jungs ein bisschen spielen. Sauber bleiben. Viel Spaß noch heute Abend. Bis morgen in alte Frische. Danke fürs Zuschauen. Servus.